Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Es ist im Moment vor allem im zentralen Mittelmeerraum extrem heiß. Und diese Hitze, die wird sich bis Samstag vor allen Dingen auf Spanien konzentrieren. Hitzerekorde hatten wir ja schon zum Teil, zumindest noch nicht bestätigte, in Italien. Auch dort große Hitze, Sizilien. Das Ganze wird jetzt weiter rüberziehen nach Spanien. Und Sie sehen hier die Temperaturabweichungen für Samstag. Das heißt, inwiefern liegen die Temperaturen deutlich über dem, was man eigentlich erwarten dürfte, verglichen zum langjährigen Mittel von 1981 bis 2010. Und da gibt es jetzt schon extreme Abweichungen, zum Beispiel für Nordafrika, Marokko, beispielsweise 10 Grad höhere Temperaturen, als man sonst Anfang August eigentlich hat. In Spanien werden das am Samstag 7,6 Grad sein, Südfrankreich 4,3 Grad. Bei uns 1,7 Grad. Und Sie sehen, in den Nordwesten fließt dann schon kühlere Luft ein hinter einem Tiefdruckgebiet. Auch in Nordskandinavien, Nordschweden beispielsweise, Abweichungen am Samstag. Und da ist es schon seit Tagen viel zu warm, von rund 3 bis 4 Grad. Also große Hitze, allerdings nicht überall. Bei uns wird es vor allem ab Anfang nächster Woche deutlich kühler und dann auch ziemlich windig. Sie sehen es hier am Trend für Bremen. Von rund 26 Grad geht es dann bis Dienstag runter auf nur 18 Grad. Auch am Wochenende sind es meist nur noch 22 Grad. Wie fern das dann im Laufe der kommenden Woche irgendwann mal wieder nach oben steigt. Die Temperatur ist im Augenblick noch nicht sicher. Jetzt in der Nacht gibt es dagegen oft noch dickere Schleierwolken. Die ziehen weiter nach Nordosten. Von Westen her lockert es auf Richtung Südwesten, also Schwarzwald-Breisgau. Da kann es in der Nacht aus Frankreich heraus einzelne Schauer und Gewitter geben. Die Temperaturen liegen morgen früh meist bei Werten zwischen 14 und 20 Grad. Morgen Vormittag ein recht sonniger Start in den Tag, vor allem nach Nordosten und Osten hin. Im Südwesten Bayern, Baden-Württemberg kann es schon erste Schauer und Gewitter geben. Ein paar dickere Wolkenfelder sind auch Richtung Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterwegs im Laufe des Nachmittags. Allerdings gibt es dann längere sonnige Abschnitte nach Norden hin, über dem Süden einzelne Schauer und Gewitter, die aber zum Teil wieder etwas kräftiger ausfallen können. Zwischendrin gibt es aber auch da immer wieder sonnige Abschnitte. Die Temperaturen steigen dazu im Laufe des Nachmittags auf rund 20 bis 26 Grad im Nordwesten. Sonst sind es meist 27 bis 30, 32 Grad sogar im Südwesten. Das alles bei schwachem Wind und der kommt meist aus südwestlichen Richtungen, beziehungsweise aus südlichen Richtungen, von wo eben auch die sehr warme Luft zu uns kommt. In den nächsten Tagen erstmal noch ein recht sonniger Samstag im Nordwesten und im Südosten, südlich der Donau, sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchsttemperaturen dann 22 bis 31 Grad. Und am Sonntag Sonnenschein, dichtere Wolken im Nordwesten bis 31 Grad im Südwesten. Und über der Mitte kann es dann auch mal ein paar dickere Wolkenfelder geben. Ab Montag kommt die deutlich kühlere Luft und dann wird es auch deutlich windiger bei uns. Ihnen noch einen schönen Abend im Ersten.